Hallo, herzlich willkommen auf dem Techmas Channel. Heute stellen wir dir die besten Sofortbildkameras aus dem Jahre 2021 vor. Informiere dich über die Funktion, die Handhabung und die Bildqualität. Alle vorgestellten Produkte findest du in der Videobeschreibung verlinkt und jetzt wünschen wir dir erstmal viel Spaß mit dem neuesten Video. Mit der Fujifilm Intax Mini 9 entscheidest du dich für eine Sofortbildkamera, die du in vielen klassischen oder fröhlichen Farben bekommst. Die einfache Bedienung und das handliche Gehäuse bringen unterwegs den Spaß am Fotografieren zurück. Du wählst im Bildausschnitt über den integrierten Sucher aus. Ein Selfie Spiegel erleichtert dir die Positionierung, wenn du dich selbst fotografieren möchtest. Auch für das Selfie mit Freunden ist die Kamera gut geeignet. Unmittelbar nach der Aufnahme erfolgt der Ausdruck des Bildes. Ein Blitz ist ebenso integriert wie verschiedene Möglichkeiten für die Einstellung der Bildqualität. Preis 119,90 Euro. Die Sofortbildkamera Polaroid Now ist in ihrem Design an das Original angelehnt, das sich ab den 1970er Jahren einer großen Beliebtheit erfreute. Du hast die Wahl aus verschiedenen Farben. Es handelt sich um ein analoges Kamerasystem mit integriertem Blitz. Den Bildausschnitt wählst du klassisch mit einem Sucher aus. Die Polaroid ist mit einem Autofokus-System ausgestattet. So kannst du jederzeit scharfe Bilder aufnehmen. Eine doppelte Belichtung für natürliche Farben und tolle Bilder bei schwierigen Lichtverhältnissen ist ebenfalls integriert. Die Fotos werden unmittelbar nach der Aufnahme gedruckt und aus dem Schlitz im unteren Bereich der Kamera ausgegeben. 105,65 Euro. Die Intax Mini von Fujifilm überzeugt mit viel Kameraspaß und einem kompakten Gehäuse. Die Fotos werden seitlich aus dem Gehäuse geführt. Du hast verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, mit denen du die Bilder vor der Aufnahme optimieren und an die Lichtverhältnisse anpassen kannst. Wenn du dich für den Kauf der Intax Mini 11 entscheidest, hast du die Wahl aus verschiedenen Farben. Im Gehäuse ist eine Selfie-Linse für perfekte Selbstaufnahmen integriert. Der integrierte Blitz hält die Bilder auf und sorgt für tolle Aufnahmen auch bei schwierigen Lichtverhältnissen. Die ausgegebenen Bilder haben eine Größe von 46 x 62 mm. Die Kamera ist ideal für die nächste Party, aber auch für alle Gelegenheiten, in denen du Aufnahmen schnell an deine Freunde oder an die Familie weitergeben möchtest. 64,67 Euro. Die Fujifilm Intax SQ-6 ist eine Sofortbildkamera mit einem außergewöhnlichen quadratischen Design. Sie liegt gut in der Hand und bietet dir vor der Aufnahme die Möglichkeit verschiedener Einstellungsoptionen. Vor dem Kauf hast du die Wahl aus verschiedenen Gehäusefarben. Hier zählt dein individueller Geschmack. Zu den Ausstattungsmerkmalen zählen ein Stativgewinde, ein Selfie-Spiegel und ein Selbstauslöser. So kannst du auf der Party ein Gruppenfoto machen und sofort ausdrucken. Die Bildqualität überzeugt bei diesem Modell ebenso wie die Handhabung. Preis 101,60 Euro. Die Intax Mini 70 Kamera bekommst du in sechs verschiedenen Farben. Entscheide dich für ein helles Weiß oder ein dunkles Blau. Das Gehäuse ist handlich und recht kompakt. Du kannst mit der Kamera ganz einfach Selfies oder Makros aufnehmen. Auch ein Blitz für die Aufhellung des Bildes bei schlechten Lichtverhältnissen innen und außen ist integriert. Der Selbstauslöser gibt dir die Möglichkeit zwei Aufnahmen hintereinander zu fertigen. Dies ist für die nächste Party eine wirklich gute Idee. Die Kamera lässt sich einfach bedienen und bereitet klein und groß viel Spaß. 88,86 Euro. Das waren die besten Sofortbildkameras aus dem Jahre 2021. Alle Produkte findest du wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Hat dir das Video gefallen, dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt um den Tecmas Channel zu abonnieren. So verpasst du nie wieder die neusten Produktvorstellungen. Für heute verabschieden wir uns mit einem Ciao.